8,8 Millionen Rentner in Deutschland erhalten eine demütigend geringe Monatsrente von unter 1250 Euro. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das passt ja quasi wie die Faust aufs Auge. Am Wochenende sind in Deutschland am 20.01.2021 und dem Sonntag dem 21.01.2024 natürlich sind viele hunderttausend Menschen in Deutschland demonstrieren gegangen gegen Faschismus, gegen Ausgrenzung, gegen Diskriminierung und vieles andere mehr. Ich war auch am Samstag in Halle-Saale auf der Demo, 16.000 Mann. Das war die größte Demonstration in Halle nach der Wende. Ich war völlig geplättet, wie viele Leute da waren. Ich habe mich natürlich auch mit einigen Leuten dort unterhalten, auch älteren Leuten. Die haben mir gesagt, die gehen nicht nur auf die Demonstration, weil sie gegen die AfD sind und gegen aufkeimenden Faschismus in Deutschland, sondern eben auch aus Protest gegen die Bundesregierung, gegen die ungerechte Politik. Meine Damen und Herren, da schlägt es ein wie eine Bombe. Am 21.01.2024 wurde in der ARD verkündet, dass sage und schreibe 42% aller gesetzlichen Rentenempfänger, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das sind über 8 Millionen Rentenempfänger von 21 Millionen, und eine monatliche Rente von unter 1.250 Euro bekommen. Das ergab eine Anfrage des linken Politikers Dietmar Bartsch beim Bundesamt für Statistik. Und die haben das mal auseinandergetröselt und kommen noch zu einem viel erschreckenderen Ergebnis. Innerhalb dieser 42% bekommen nochmal eine ganze Gruppe, insgesamt 26% von Rentnerinnen und Rentner eine Rente unter 1.000 Euro monatlich netto. Meine Damen und Herren, das sind Zahlenbeträge, die gehen überhaupt nicht in diesem reichen Land. Wir haben sozusagen fast die Hälfte aller Rentenempfänger in Deutschland, sind von Armut betroffen oder armutsgefährdet. Weil rentenrechtliche Ansprüche sind grundsätzlich immer individuelle Ansprüche und da haben die Einkommenssituation der Ehegatten überhaupt nichts damit zu tun. Das heißt also, Dietmar Bartsch bringt es auf den Punkt, das ist eine Schande für dieses Land, das ist demütigend, das ist erniedrigend für einen Großteil unserer Rentner. Ich finde auch, es wird langsam Zeit, dass wir hier was tun und dass hier, wie Dietmar Bartsch es auch fordert, sofort für das Jahr 2024 wenigstens 10% Rentenerhöhung zusätzlich nochmal draufgeschlagen werden, damit wir oder damit die Rentnerinnen und Rentner hier einen Ausgleich für die inflationsbedingten Mehrkosten bekommen. Rentnerinnen und Rentner leiden in Deutschland überproportional, wie auch Menschen mit wenig Einkommen unter den inflationsbedingten Folgen seit 2021. Und die Politik tut für diese Gruppe im Wesentlichen nichts dafür. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.